Guten Morgen und willkommen in der Allianz Arena. Grüß Gott, liebe Fans des FC Bayern München. Wir sind ein Tor für die Allianz Arena, Thomas München! In der Münchner Allianz Arena, besser geht es einfach nicht. Und da ist das 2 zu 0. Kein Abseits. Der Ball! Durch mich, durch den verrückten Robert Lewandowski! Abseits vom Voller